Jetzt haben Sie den zweiten Teil meiner Frage nicht beantwortet. Glauben Sie an den Sozialismus? Ja, ich glaube an den demokratischen Sozialismus, wobei ich sage, ganz vereinfacht, er muss das übernehmen, was der Kapitalismus kann, und das überwinden, was der Kapitalismus nicht kann. Der Kapitalismus kann drei Dinge. Er kann eine effiziente Wirtschaft hervorbringen, er kann eine Top-Wissenschaft und Forschung hervorbringen, er kann, was übrigens auch der Staatssozialismus konnte, aber er kann auch eine Top-Kunst und Kultur hervorbringen, die sich zwar kritisch mit ihm auseinandersetzt, aber er bringt sie ja hervor. Jetzt sage ich ihm, was er nicht kann. Er kann keinen Frieden sichern. Es geht immer um Ressourcen und an Kriegen wird zu viel verdient. Das muss überwunden werden. Er kann keine soziale Gerechtigkeit herstellen. Der Reichtum konzentriert sich immer in wenigen Händen und die Armut verbreitet sich. Das kann nicht gut gehen. Er hat Schwierigkeiten mit der ökologischen Nachhaltigkeit, dann, wenn es ökonomisch schadet. Wenn es ökonomisch nutzt, dann nicht, aber wenn es ökonomisch schadet. Und letztlich kann er, wie auch der Staatssozialismus, keinen Beitrag leisten zur Emanzipation des Menschen. Also sage ich, ich bin ein demokratischer Sozialist. Eine Diktatur kommt für mich nie wieder in Frage. Und das Zweite ist, ich will die Seiten am Kapitalismus retten, die er kann, aber die Dinge überwinden, die er nicht kann. Das ist meine Transformationsvorstellung. Aber Sie können das nachher auch demokratischen Kapitalismus sein. Hauptsache, wir erreichen das Ziel. Soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Frieden, 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 keine Kriege mehr und die Emanzipation des Menschen.